Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Mein Name ist Robert Danninger. Ich bin Account Director bei der Firma EASY und möchte Ihnen so in den nächsten 15 Minuten, 20 Minuten ein Thema vorstellen, warum EASY DMS, reibungslose Prozesse für Ihr Unternehmen. Und ja, wir haben hier eine kleine Agenda vorbereitet. Genau, ich möchte ganz kurz Ihnen so ein paar Worte zu EASY verlieren, damit Sie wissen, wer wir sind. Falls Sie uns noch nicht kennen, dann ganz kurz die Herausforderungen im Unternehmen, die wir tagtäglich, speziell jetzt auch im Vertrieb natürlich, konfrontiert werden. Was beschäftigt unsere Kunden? Was beschäftigt die Interessenten? Kurz die Lösung vorstellen. Lösung im Sinne von PowerPoint. Natürlich keine Lösung. Jetzt dafür sind 14 oder 15 Minuten einfach ein bisschen zu wenig. Ja, und zu guter Schluss dann die nächsten Schritte. Was wäre möglich? Wie könnte man die nächsten Schritte miteinander gemeinsam eben vereinbaren? Kurz zur EASY. Die EASY, deutsche Softwareunternehmen, gegründet 1990, also schon etwas länger auf dem Markt. Seinerzeit mit einer reinen Archivlösung. Das heißt, die Kunden und Interessenten wollten einfach Dokumente revisionssicher archivieren. So ist die Firma EASY seinerzeit entstanden. Vielleicht so für Sie auch. EASY steht auch hier für elektronische Archivierungssysteme. Es passt halt auch eben, weil EASY eben auch ein sehr prägnanter Name für das Unternehmen und die Produkte ist. Wir haben derzeit circa um die 14.000 Installationen. Der Fokus liegt auf dem deutschsprachigen Markt. Das heißt also sicherlich 90 Prozent der Installationen finden wir in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz. Wir arbeiten mit sehr vielen Partnern zusammen. Das heißt, wir selbst haben Kunden, die wir direkt aus dem Hause EASY betreuen. Aber wir haben natürlich auch ein breites Partnernetz, mit dem wir unsere Kunden an der Stelle versuchen eben zu betreuen. Hier noch ein paar Auszüge zu ein paar Kunden, namhafte. Wir sind in allen Branchen unterwegs. Das heißt, wir machen Industriekunden, wir machen Handelskunden, wir machen auch Dienstleistungen. Und vor allen Dingen auch von der Größenordnung her haben wir Kunden wirklich im klassischen KMU-Bereich, aber haben auch sehr große Kunden, teilweise im DAX notierte Kunden, die unsere Software nutzen. Das heißt, das Spektrum ist an der Stelle sehr weit und wir haben uns keiner einzelnen Branche oder Größenordnung hier zugeschrieben. Herausforderungen im Unternehmen. Ganz wichtiger Punkt. Was stellen wir in den letzten Monaten, Jahren fest? Ich denke, wenn Sie auf Ihr Unternehmen gucken, gibt es dort sicherlich ein paar deckungsgleiche Aspekte. Wir haben natürlich immer mit einem sehr hohen Verwaltungsaufwand zu tun. Dann sind es sehr zeitintensive Prozesse. Das heißt, es geht sehr viel Zeit ins Land, um bestimmte Abläufe im Unternehmen eben durchzuführen. Ganz wichtiger Punkt an der Stelle die fehlende Transparenz. Das heißt, ich bin als Ansprechpartner sehr schwierig in der Lage, Informationen gegenüber Partnern, Kunden, Lieferanten zu geben. Das ist ein Thema, was sehr stark auch immer genannt wird als einer der Punkte. Es kommt tatsächlich immer wieder mal vor, dass Fristen verpasst werden. Das heißt also, Kunden beklagen darüber, dass sie einfach Fristen verpassen, Verträge automatisch verlängert werden, die vielleicht besser gekündigt hätten werden sollen. Die Mitarbeiterzufriedenheit ist an der Stelle natürlich auch zu erwähnen. Und als letztes das Thema der Kostenoptimierung. Das sind so die klassischen Herausforderungen, die wir heute tagtäglich in den Gesprächen mit unseren Kunden und Interessenten erfahren. Und dafür haben wir Antworten. Wie sieht die Lösung aus? Ganz einfach. Sie sehen hier auf der rechten Seite von Ihnen aus gesehen, linken Seite, als Beispiel mal so eine Projektakte. Und auf der rechten Seite eben ein Feld mit Import. Das ist eigentlich alles, um was es geht. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Quellen in Unternehmen. ERP-Systeme, Mail-Systeme, Office-Systeme, CAD-Systeme, ganz normale File-Archiv-Server-Systeme. Und überall auf diesen Systemen gibt es Dokumente und Daten. Und wir mit unserem EasyDMS gehen hin und nehmen diese Daten und strukturieren sie in zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, in einer Projektakte. Das heißt, wir übernehmen nicht nur die Dokumente, sondern wir übernehmen auch die Metadaten. Das heißt, wir archivieren an der Stelle nicht reine Dokumente, sondern auch Daten. Und haben hier natürlich die Möglichkeit, dann in Projektakten eine Struktur hinterzulegen, zu hinterlegen, die in etwa der Akten entspricht, wie Sie sie heute vielleicht in Papierform kennen. Und der Vorteil an der Stelle ist ganz einfach der, dass wir sagen, unsere User, die mit dem System arbeiten, wenn Sie heute Dokumente oder Daten suchen, dann ist es für Sie völlig sekundär, zu wissen, wo diese Daten liegen. Sie müssen einfach nur diese Information eingeben und Sie finden auf jeden Fall das Dokument und auch die dazugehörigen Daten. Dahinter befindet sich natürlich ein Workflow, hier auch ein ganz einfacher Workflow. Wirklich, ich habe einen Posteingang. Der Posteingang ist teilweise noch eben herkömmlich postalisch, das heißt per Papier. Es gibt aber immer mehr natürlich auch den digitalen Posteingang. Wir stellen fest, dass jetzt auch hier in Deutschland der digitale Rechnungsversand als Beispiel deutlich zunimmt, wenn wir vor zwei, drei Jahren noch ein Verhältnis hatten von 20 Prozent digital und 80 Prozent per Papier. Dann fängt das jetzt langsam an zu drehen, dass wir wirklich uns auch in Bereiche befinden, wo viele Unternehmen sehr viel an digitalen Eingängen bekommen, was natürlich in der Zukunft noch stärker zunehmen wird. Und irgendwann das Papier, ich weiß nicht, ob es gänzlich verdrängen wird, aber sicherlich zu einem sehr großen Teil. Dann wird es eben nach dem Posteingang verteilt und dann kommen bestimmte Prozesse. Dann bekommen bestimmte Ansätze, da komme ich später gleich nochmal drauf, die dann eben mit diesen Dokumenten und Daten passieren. Ja und zu guter Letzt landen Sie dann eben in einem Archiv. Das heißt in einem Langzeitarchiv, wo dann auch revisionssicher diese Dokumente und Daten abgelegt werden. Revisionssicher bedeutet an dieser Stelle halt eben, sie können nicht mehr verändert werden, weil wir natürlich gegenüber dem Gesetzgeber bei bestimmten Dokumenten dort auch an der Stelle Rechnung tragen müssen. Vielleicht so ein bisschen für Sie zum Look and Feel. Wie sieht denn zum Beispiel so ein Documents oder DMS Client aus? Das ist jetzt einfach mal so ein Dashboard. Wir bieten an der Stelle ausschließlich Web Clients an. Das heißt also, es wird kein Stück Software am Desktop installiert. Es ist alles über Web verfügbar und wir haben dann hier die Möglichkeit, dass ich eben als User mir meinen Dashboard so zusammenstelle, wie ich das gerne möchte, sodass ich meinen täglichen Arbeitsablauf, meinen täglichen Arbeitsvorrat an der Stelle sehr gut managen kann und vor allen Dingen auch sehr einfach managen kann. Das heißt, hier ist es auch nicht zwingend notwendig, auf die IT zurückzugehen, sondern das kann ich wirklich als User selbst machen, weil es eben sehr einfach ist, dass ich mir hier zum Beispiel so ein Dashboard, wie wir hier mal beispielhaft zusammengeführt haben, aufzubauen. Ein weiteres Beispiel, hier haben wir zum Beispiel mal einen Blick auf eine Personalakte, wo man mal hier sieht, wenn so ein, ich sage mal, Personalbereich, wir sind jetzt hier bei den Mitarbeitern, direkt auf Personalebene. So, also hier wie gesagt nochmal ein Beispiel für eine Personalakte, wo man also hier zum Beispiel die ganzen Informationen des Mitarbeiters sieht. Man kann hier unten sehen, welche Prozesse angelegt worden sind, welche Themen für die Personalabteilung wichtig sind. Einfach nur mal für Sie so als erster Eindruck zum Look and Feel. Hier nochmal das Thema im Vertragsmanagementbereich und so sehen Sie einfach, dass der Client eben wie gesagt personalisiert ist. Das heißt, ich kann ihn mir auch selbstständig zusammenstellen und habe hier natürlich die Möglichkeiten, alle wichtigen Informationen auf einen Blick vor mir zu haben. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich das Thema Integration. Wir als DMS-Hersteller sind in der Regel nie das führende System, sondern das führende System ist in der Regel immer die ERP eines Unternehmens. Und daher ist es für uns natürlich auch wichtig, dass wir dort mit den namhaften Herstellern weltweit Partnerschaften, Technologie-Partnerschaften haben, um hier unseren Kunden und Interessenten standardisierte Schnittstellen und Connectoren anzubieten. Ich will nur mal zwei hervorgreifen, Microsoft und SAP, denke ich mal für jeden hier im Raum bekannt. Hier ist es so, dass wir zertifizierte Schnittstellen anbieten. Das heißt, diese Schnittstellen wurden von den Herstellern auch zertifiziert. Zertifiziert heißt an der Stelle, wir sind verpflichtet dann auch an der Stelle, wenn zum Beispiel Microsoft oder SAP einen neuen Release-Stand rausbringt, dann müssen wir in einem gewissen Zeitraum, das sind glaube ich sechs Monate, unsere Schnittstelle natürlich auf das aktuelle Release anpassen. Das heißt an der Stelle für die Kunden sehr viel Sicherheit und es ist eine Standardverbindung über bei SAP zum Beispiel Archive-Link, zukünftig wahrscheinlich über CMOS und bei Microsoft vor allen Dingen natürlich in die Office-Welt, aber auch im ERP-Umfeld in die ehemalige Navision oder heute PC-Welt, wo wir wirklich direkt aus der Navision-Anwendung heraus dann auch zum Beispiel Recherchen anstoßen können, um im Archiv zu gucken, aber auch Prozesse anzustoßen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier standardisierte Schnittstellen für diese Bereiche anbieten. Aber, und jetzt kommt das Aber, wir haben natürlich mittlerweile über 100 Schnittstellen in den letzten 30 Jahren entwickelt, weil nicht jeder hat Navision oder SAP im Einsatz. Und aus dem Grunde können wir projektbezogen natürlich mit allen oder mit den herkömmlichen ERP oder auch CRM und Office-Anbietern können wir heute diese beiden Produkte miteinander verbinden, um somit eine Integration herzustellen, damit sichergestellt wird, dass die Daten aus ihrem ERP oder Office dann auch wirklich im Archiv oder im Dokumentenmanagement landen und genau auch da landen, wo sie landen sollen, ohne dass ich es dem System sagen muss. Ja, alles aus einer Hand. Sie sehen hier unten Easy Client, Easy DMS, Easy Workflow. Das ist so unsere Basis. Ich möchte Ihnen jetzt zum Ende nochmal ganz kurz nochmal unsere Funktionen aufzeigen, aber vor allen Dingen auch, wo haben wir denn schon vorgedacht, wo haben wir schon Lösungen konzipiert, damit der Einstieg etwas einfacher ist. Natürlich unsere Standardfunktionen, Archiv, Workflow, Dokumentenmanagement. Das ist das, mit dem wir uns tagtäglich beschäftigen. Das sind unsere Produkte, unsere Tools, die wir den Kunden zur Verfügung stellen. Hier im Beispiel Workflow arbeiten wir seit Anfang an mit einem Visualisierungstool von Microsoft, nämlich Microsoft Visio. Das heißt, mit Hilfe von Microsoft Visio erstellen wir gemeinsam mit unseren Kunden deren Prozesse, visualisieren sie und übergeben sie dann in unser DMS-System, ohne dass programmiert werden muss. Hat den Vorteil, dass natürlich viele unserer Kunden, nachdem sie ein, zweimal mit uns so einen, ja ich sage mal, Visualisierungsprozess mitgemacht haben, selbst in der Lage sind, im Visio dort Prozesse entweder zu ändern oder sie auch an der Stelle neu zu erstellen, ohne immer auf ihren Systempartner zurückgreifen zu müssen. Und das machen wir eben in dem Bereich mit Microsoft Visio. Neben den Standardfunktionen haben wir natürlich Lösungen konzipiert. Lösungen speziell jetzt in den Bereichen Purchase to Pay, also wenn es wirklich von der Bestellanfrage bis hin zur Verbuchung einer Eingangsrechnung, nicht nur den Bereich Invoice, sondern auch gerne, wenn man möchte, das Thema davor. Aber wir haben natürlich auch für das Thema Vertragsverwaltung, unser Easy Contract oder Personalakte von sehr vielen Kunden auch nachgefragt, sodass wir also hier Lösungen aufgebaut haben, mit denen wir bei unseren Kunden nicht bei Null anfangen, sondern wirklich schon ein Stack gemacht haben und damit natürlich nicht auf der grünen Wiese starten, sondern mit dieser vorkonfigurierten Lösung schon große Teile standardisiert mit abdecken können. Das Ganze kann man natürlich erweitern. Ich will jetzt hier die einzelnen Themen nicht vorlesen. Ich möchte nur auf ein Thema hinweisen. Seit einigen Monaten kommt immer stärker auch die Nachfrage nach Portallösungen. Das heißt also, wie kann ich Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten stärker an mich binden? Wie kann ich ihnen die Möglichkeit geben, nicht nur auf Dokumente zuzugreifen, sondern vielleicht sogar an Prozessen teilzunehmen? Das nutzen wir eben mit Portallösungen. Dort haben wir für diese drei Bereiche eigene Portallösungen entwickelt, wo der Kunde dann die Möglichkeit hat, seine Lieferanten und Kunden, aber auch Mitarbeiter eben gezielt mit Informationen zu versorgen, mit Dokumenten zu versorgen, aber sogar an Prozessen teilzunehmen. Das heißt, ich kann zum Beispiel als Mitarbeiter einen Prozess starten, Urlaubsplanung oder Urlaubsantrag. Das macht man dann, kann man über ein Portal eben an der Stelle lösen. Ja, und hier natürlich zum guten Schluss die Bibliotheken. Ich hatte es vorher angesprochen, Office ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben eine komplette Office-Integration. Das heißt, im Office selbst gibt es ein Add-In Easy, wo Sie dann eben in allen Office-Produkten die Dokumente eben kurz verschlagworten und Sie ins Archiv legen. Wir haben natürlich auch im Navision zum Beispiel eine Drop Zone, wo ich wirklich auch per Drag & Drop innerhalb Navision das Ganze archivieren kann, weil Office einfach ein Thema ist, was sehr viele Kunden natürlich heute im Einsatz haben und es auch sehr viele Dokumente gibt, die vielleicht von der Rechtsgeschichte her nicht so interessant sind, die für Sie als Unternehmen aber wichtig sind, weil Sie zu einem Projekt oder zu einem Kunden vielleicht gehören. Ja, was sind die Vorteile? Die Vorteile sind ganz einfach, dass die Prozesse deutlich schneller werden. Die Teams werden tendenziell an der Stelle auch effizienter. Business wird mobiler. Wir sind alle mobil. Wir arbeiten alle mit Smartphones. Das heißt, auch heute ist es so, dass wir im Invoice-Bereich zum Beispiel die Möglichkeit haben, den Kunden über eine App, über ein Smartphone Freigaben zu erteilen, wenn das gewünscht ist für eine Rechnung, wenn man unterwegs ist. Dann wird das Unternehmen natürlich unterm Strich auch sicherer. Nichts wird mehr vergessen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass alles eben auch archiviert wird an der Stelle. Ja, und das Know-how bleibt natürlich an der Stelle auch im Hause erhalten. Ja, zum Schluss. Ich habe gesehen, ich muss noch, eine Minute habe ich nur noch mehr, die nächsten Schritte. Ja, wir befinden uns gerade im Bereich des Vortrages. Sehr gerne bieten wir Ihnen einen individuellen Termin an. Wir sind auch hier vertreten am Stand R7. Also, wenn Sie danach noch weiter intensive Informationen möchten, kommen Sie gerne auf uns zu. Ansonsten machen wir auch gerne mit Ihnen einen Termin und sprechen mit Ihnen individuell über die Thematik. Ja, dann folgt darauf in der Regel ein Workshop. Dann wird es umgesetzt und am Ende gehen wir dann go live. So, jetzt bin ich ein bisschen durchgehechelt. Ich hoffe, das war für Sie dennoch ein bisschen kurzweilig und nachvollziehbar. Ich möchte mich für die Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch einen informativen Tag hier in Frankfurt. Vielen Dank. Danke.